Der Pioneer MVH S520 DAB Das Pioneer Autoradio verfügt über Bluetooth-Funktionalität, die freihändiges Telefonieren und kabelloses Musik-Streaming von einem verbundenen Smartphone ermöglicht. Alternativ kann das Mobiltelefon auch über einen USB-Anschluss verbunden werden. Das Autoradio unterstützt die Verbindung von bis zu zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig. Das Radio ist mit der Advanced Sound Retriever-Technologie von Pioneer ausgestattet, die eine möglichst originalgetreue Audio-Wiedergabe ermöglicht. Das Radio verfügt auch über einen integrierten DAB, DAB Plus Tuner und eine Timeshift-Funktion mit der Live-DAB-Übertragung angehalten, zurückgespult und wieder fortgesetzt werden können. Das Autoradio ist in der Lage, Fleck-Dateien abzuspielen und bietet einen 13-Band-Grafik-Equalizer sowie eine integrierte MOSFET-Endstufe, mit 4x50 Watt Leistung. Dank der Laufzeitkorrektur wird unabhängig vom Fahrzeugtyp eine starke Klangqualität zu hören sein. Das Autoradio verfügt über drei Cinch-Vorverstärker-Ausgänge, die es ermöglichen, das Radio mit weiteren Lautsprechern oder einem Subwoofer zu verbinden. Die abnehmbare Front, die vor Diebstahl schützt, ist ein weiteres Highlight des Modells. Das Autor. Das Autoradio verfügt über Dalt. Bis zum nächsten Mal.